Oh no, die Hunde, lauft! Äh, hallo, und, äh, ja. Willkommen zu einem weiteren Online Battlefront. Äh, was ist das für ne Map? Keine Ahnung, was das für ne Map ist, wo soll ich das wissen? Unruhig. Weil du hast die eingestellt. Haha, nein, ich kenn die Map, die ist cool. Ich war an meinem Map. Äh, Tim! Tim ist in der Aufnahme Nummer so'n Scheiß. Äh, was? Oh, machst du jetzt den Whisky? Ehrenlos. Ja, was denn? Keine Ahnung, warte, ich such mir auch mal sowas. Ach ne, ich mach sowas einfach nicht. Spack. Ach so, knistern, tut mir leid. Ich hab, ich hab Gummibärchen gelaschen. Hast du überhaupt ne Ansage gemacht? Ja. Oh, sorry. Jaaaa! Jetzt stellt sich im Nachhinein heraus, hat er nichts? Wie dieses Bild, wie dieses Bild, ja ich hab Arten die Ansage gemacht, das sind tatsächlich... Echt? Ja, du hast die Ansage gemacht, tatsächlich hab ich nur Hallo gesagt, Arten begrüßt und das nehm ich jetzt. Oh shit. Willst du jetzt wieder aktiv mit Videos anfangen? Nee. Deshalb mal einnimmt er auf. Es geht mir darum, dass er ja schon zwei-, dreimal so ne kurze Periode hat. Ja tatsächlich, aber zu den Zeiten hatte ich eigentlich nie Zeit. Ja, mit der Aussage schock ich dich nach. Ähm... Ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob das jetzt anders ist. Nein. Hm. Schade. Hast du, hast du keine Zeit? Doch, Tatsache. Und in einer Periode. Ähm, du machst ne Ausbildung, oder? Tatsache. Das war's doch. Tatsache. Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistung. Logistikdienstleistung. Oh, Dankeschön. Den hab ich schon, den Abschluss. Ja, perfekt. Hat Spaß gemacht? Jaja, also ich... Aber für mich ist es nicht... Ähm... Disponent sein ist für mich nichts. Also es ist... Ja, du musst ja nicht Disponent sein. Ja, aber das... Also die Ausbildung an sich macht Spaß, ja, aber... Aber... Es reizt dich auch nicht mehr so sehr. Joa. Äh, okay, bist du bereit, Tim? Wieder zu verlieren? Are you ready to rumble? Can you feel the love tonight? Can you feel the wife tonight? This is when he sits on you. She sits. Ja, what? Er sagt he, und dann she. Ich glaub, er wollte sagen, when he sits on you... Adrian ist sich heute nicht ganz sicher, was er präferiert. Ich glaube, Adrian präferiert Aris. Oh... Ist ja auch mein kleiner Schatzi. Ist das selbst für mich zu homoerotisch? Selbst für dich? Du hast die homoerotik erfunden, Alter. Nein! Ich doch nicht. Nein! Ey, was ist das? Krieger heißen die einfach nur? Ja. Frag uns nicht. Das überfordert mich jetzt aber. Es gibt auch noch Elite-Krieger. Und Elite-Achst-Krieger. Und Elite-Stammels-Krieger. Und Elite-Schwertkämpfer. Und Elite-Krieger. Irgendwie gibt's von allem etwas Elite und etwas nicht Elite. Das war gut erklärt. Nackte-Fanatiker? Ja. Nackte-Fanatiker? Also, wie nackte Krieger? Okay. Ich glaube, von denen... Nur in besser. Weil es sind Fanatiker. Gibt's denn Elite-Nackte auch? Sicher irgendwann, aber jetzt grad nicht. Das wäre doch mal voll die gerne Idee. So Elite-Einheit, einer einer... eines Landes. Die Elite-Nackten-Schwerter. Das könnte man auch... Geh mir weg, Fotze! Ah, gefunden! Ah, du hast rasende Hand schon aktiviert. Autsch! Ich war gerade kurz davor zu verstehen, du hast den Rasen aktiviert. Nö, Streifwegen hab ich nicht dabei. Und dann sah es aus wie meine Frisur. Was? Es war eher so ne Art und Hälfte. Äh, was macht ihr? Wer dann... Also, ich zocke. Das fragt mich auch gerade bei dir, Tim. Oh no, die Hunde! Schau's. Lauft! Die Hunde, no, no, no! Ich habe so einen drin. Na schön. Ja, die sind hier drin, was soll ich machen? Ich habe so einen drin. Und ich habe so einen drin. Warum ist da eine Schwert-Bande? Ich habe so einen drin. Warum ist da eine Schwert-Bande? Und ich habe so einen drin drin gefällt. läuft die aufnahme ja die aufnahme läuft in diesem moment es ist so lächerlich hatte wie schlecht dieses volk ist man spielst du er hat der ist meine krieger von morrigan reingegangen die raserei haben und ja warum rennst du in krieger mit raserei rein ohne miet schild sagt ob es nicht gesagt doch gleich was die raserei ja ich könnte du kannst es mein rost echt einst nicht mistakes were made ich bin enttäuscht von der freut mich potz dem und von der zwei bis so ganz das herz kann du die monetarisiert Oops, we don't get any money. Hä? Was? Habe ich den Jen über die Karte gejagt? Hm? Ich glaube, ich habe den Jen über die Karte gejagt. Nö. Die haben da hinten gekämpft. Ist der weg? Ja. Frechtax. Ist ja richtig frech. Komm schon! Yes! Armee kippt. Rainer! Ne, aber du hättest den Mitchell schicken sollen, dann hätt ich die Schlacht nicht gewonnen. Ich dachte, die Krieger der Morrigan wären einfach nur bessere, außerwählte Schwerter. Ne, sie sind tatsächlich sogar schwächer, vor allem was die Defensive angeht. Aber sie haben Rasserei. Das sind Schadschwerter von den Britann. In dem Moment, wo du dich mir auf offenem Grund gestellt hast, ohne Mitchell vorzuschicken, war die Schlacht eigentlich schon vorbei. Weil ich da die Elite-Einheiten mit Rasserei beempfangen durfte. Erstaunlicherweise haben deine beiden Stammes-Elite-Krieger trotzdem gewonnen. Das siehste, bei zwei Trupps. Mhm, ich weiß. Die haben auch noch Rasserei, also die hätte ich auch noch aktivieren können. Bloß ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, dass du auch Rasserei hast. Das wäre ein richtig übler Charge geworden. Ja, aber den Flankenkampf konnte ich gut gegen dich machen, tatsächlich. Da habe ich richtig punkten können. Ja, da habe ich auch bös gepennt, Mann. Kann sein. Ja, war aber trotzdem eine geile Schlacht, war schön verlustreich. Ich habe mir zehn Männer selber erschossen und du... Ne, ich habe mir 35 selber erschossen und du hast dir zehn selber erschossen. Na gut. Ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen und ich würde sagen, man zieht sich beim nächsten Mal. Hallo. Ciao.